Also, ich war schon mal im Krankenhaus und mit mir in einem Raum musste ich, war ein alter Mann, und Ihnen hat das sehr gestört, als ich gebeten wollte. Könnte ich da dann im WC beten? Es wäre nicht verboten, wenn du im WC gebetet hättest, aber hier soll man es auf keinen Fall machen. Wenn wir sagen, okay, es gibt jetzt hier eine Notwendigkeit, dass man auf der Toilette betet, in so einem WC-Raum, da meinen wir eine Notwendigkeit, wie die Eltern verprügeln einen, wenn man betet, weil man konvertiert ist. Zum Beispiel auf der Arbeit, du brauchst diese Arbeit, ansonsten landest du auf der Straße und du hast dort keine andere Möglichkeit zu beten. Aber wenn jetzt irgendein Christ oder sonst was, dem das nicht passt, dass wir jetzt vor ihm beten, beten wir trotzdem. Dann erst recht.